Nicht lachen mit Wasser im Mund, das ist die heutige Challenge. Wird mein Tisch am Ende des Videos komplett voll mit Wasser sein? Oder werde ich nicht einmal lachen müssen? Das erfahrt ihr am Ende des Videos, also lasst ein Like da, wenn ihr mindestens einmal lachen musstet. Denn diese Clips haben es wirklich in sich. Okay Leute, ihr seht schon hier, ich habe einfach mal diese Schüssel am Start. Und ich habe hier auch natürlich genug Wasser am Start und sehr viele Tücher. Falls ich nämlich lachen muss, dann geht hier nicht wieder alles auf meine Tastatur. Beim letzten Mal ist nämlich die Tastatur kaputt gegangen. Ich konnte das Problem beheben, aber ich würde sagen, wir starten mal los. So, Schritt 1 natürlich Freunde, ich muss mir Wasser in den Mund packen. Macht gerne mit, nehmt Wasser in den Mund und versucht nicht zu lachen, denn ich starte jetzt. Economic Minecraft Realität Minecraft Realität Ok coding Alter, wie ist der denn weggeflogen? Habt ihr das gesehen? Ey, was war denn mit dem Hund hier los? Der ist hier mal, der ist, warte mal, ich hab das gefangen. Minecraft, Realität, du flieb! Der ist, wie war das denn hier geflogen? Alter, was ist mit dem los? Aber okay, es geht auf jeden Fall schon gut los, besser als beim letzten Mal, wir trinken mal wieder einen Schluck. Der ist, wie war das denn, wie war das denn? Der ist, wie war es denn? Musik Das war's für heute. ... ... ... ... ... Ich hoffe, dass die Pferde dir die Behandlung auf das Essen, die du liebst. Was? Abocados aus Mexiko Abocados aus Mexiko Abocados aus Mexiko Abocados aus Mexiko Nein, 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 nein. Diese arme Katze, habt ihr gesehen? Aber die hat nur einen Fallschaden bekommen, das stimmt gar nicht. Wenn man in Minecraft Katzen runterwirft, bekommen die sogar null Fallschaden. Also, eigentlich stimmt da was nicht, ne? Also, ein Herz weniger stimmt nicht. Boah, ich hab hier voll Wasser. Egal, weiter geht's, Leute. Wir trinken wieder einen Schluck. Okay. 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 hmm 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 Boah, was war das denn? Also ich muss euch da ganz ehrlich sagen, das Beste an diesem Clip war einfach, wie diese Katze so die ganze Zeit mit diesem Kopf schüttelt. Oh man. Oh, c'est un bébé chaton, oh les mignons, bouzou-dou-dou, bouzou-dou, bouzou-dou, allez je le mange. Iphone. Iphone. Wow, Iphone. Was war das denn bitteschön? Ich muss sagen, es hat sich unfassbar gut angehört dafür, dass ein Schafes gesungen hat. Nein, mein Tisch, mein Tisch. Warum? Boah, jetzt wieder alles nass. Was ist das auch? Ach Leute. Okay, Freunde, weiter geht's. Spiritu ma me 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 Monko. Spiritu ma me 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 Monko. Spiritu ma me 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 Monko. okay cool. mh. es mh Mmh. Wie hat der den dann weggeschmettert, ach du heilige, schaut euch das mal an, hier nochmal. Ah, das war schon gut, weiter gehts. Ah, das war schon gut, weiter gehts. Dieser Sound, Leute, ey, der ist einfach krank, aber ich sag euch ganz ehrlich, mein Wasserbehälter ist gefühlt schon voll, ich kann nicht mehr, mein Tisch ist nass, wir lassen's heute. Wenn ihr lachen musstet, lasst ein Like da, lasst ein Abo da und ciao.